Video, 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 Video Hallo, hier ist Christoph und das ist Minion Rush, ein richtig cooles Spiel mit über 100 verschiedenen Minions, aber auch mit über 100 verschiedenen Leveln. Und eines dieser 100 Level, das spiele ich heute für euch. Lasst uns spielen! Jetzt wird das Level 9 gespielt. Los geht's! Ja, da beginnt wieder der Marathon. Wir müssen rennen, wir müssen rennen. Was ist das Ziel? So viele Bananen wie möglich zu sammeln. Oder eben wie jetzt alles zu zertrampeln. Da werden die kleinen Minions zack quetscht. Wir rennen und sind nicht aufhaltbar. Sehr gut. Schön vor den Raketen ausweichen. Entweder dran vorbeirennen oder drüber springen. Oder zack! So einen Schleudersitz benutzen, der uns dann nach vorne wirft. So viel Bananen. Sehr gut. Jetzt rutschen wir wieder auf den Popo runter. Das ist doch eine klasse Rutsche. Ja, wir steigen auf die Rakete. Und springen. Und bücken. Und springen. Und bücken. Und ausweichen. Bananen kommt zu Popo. Über die Rohre müssen wir entweder drüber springen. Oder uns einfach bücken. Ja. Das klappt doch richtig gut. Wir sind richtig gut. Da wird Gu stolz auf uns sein. Dass wir so viele Bananen beschafft haben. Wir haben schon fast 1000 Stück. 908 Bananen haben wir bereits eingesammelt. Und es werden mehr und mehr und mehr. Da ist Schild. Ja, wir haben kurze Zeit Schild. So, dass uns nichts passieren kann. Ja, wir haben die Tausender Marke geknackt. Mit der Bananenanzahl. Und haben über 1050 Bananen bereits. Und da ist der Staubsauger. Mit dem Staubsauger entgeht uns keine Banane. Alle Bananen werden eingesaugt. Auf allen drei Bananen, auf denen wir jetzt rennen. Aber der Staubsauger hat schnell die Batterie leer. Und dann ist der nutzlos und wirkt weggeworfen. Dann saugt er keine Bananen mehr ein. So, weg mit dir, Minion. Ja, das ist richtig gut. Das ist gut. Wir sind toll. Und wir sind wieder auf dem Mond. Wir machen wieder einen Mondspaziergang. Das ist doch klasse. Dabei wollen wir alle Sterne. Da sind noch zwei. Einer. Und die beiden noch. Ja. Und der noch. Wir haben sie alle. Jetzt kommen die Bonussterne. Klasse. Super. Klasse. Wow. Das war aber knapp. Das war richtig knapp. Ja. Klasse. Jetzt rutschen wir wieder runter. Wir haben bereits 1377 Bananen. 1400 Bananen. Das ist richtig gut. Cool. Jetzt kriegen wir noch mehr Bananen. Ja. Hoch geht's in die Lüfte. So viele Bananen, wie es nun geht, müssen wir hier einsammeln. Ja. Wir haben fast 2000 Bananen. Ja. Wir haben die 2000 Bananen überschritten. Wir haben mehr als 2000 von den gelben Früchten. Jawohl. Das war richtig gut. Ja. Klasse. Und springen. Ja. Und Katapult. Und springen. Ja. Und ausweichen und bücken. Und ausweichen und bücken. Und nach links und nach rechts. Ja. Und jetzt biegen wir nach links ab. Wir sind immer noch hungrig. Nein. Wir fallen runter. Haben aber ihre 2237 Bananen eingesammelt. Klasse. Super. Ich hoffe, das Minion Rush Gameplay hat euch gefallen. Falls ja, nicht vergessen, Daumen drauf geben. Video liken. Danke dafür. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren. Und jetzt viel Spaß beim Aussuchen des nächsten Minions. Tschüss. Sucht euch jetzt das nächste Video aus. Habt ihr Kaugummis auf den Augen? Da links. Ja, wählt eins von beiden. Entweder das obere Video oder das untere. Ja, wählt eins. Klickt jetzt. Zweimal bitte raus. Juhu.